ja noch ein weiteres video müssen outside the box so vor das ist doch erstaunlich nach dem thema nämlich die frage ist deutschland co-abhängig vielleicht mein gott was macht christian da wieder aber diese strukturen die wir hier besprechen eozentrik meinetwegen auch narzisstische tendenzen kooperative tendenzen die gibt es ja nicht nur auf beziehungsebene gibt es auch auf freundschaftsebene und ja die gibt es auch in der politik natürlich und die gibt es auch auf staaten eben das sind ja auch gebilde und wenn man so will wesen irgendwie also so ein staat hat ja auch eine energie irgendwie und ich finde tatsächlich dass deutschland co-abhängige energie hat und man kann gut sehen wo das hin führt nämlich dass du nur in die fresse kriegst du einfach nur in die fucking fresse kriegst sondern weil was haben wir im moment und gesagt das ist überhaupt keine also jetzt alles was ich jetzt sage ist keine politische meinung geht politik geht mir am arsch vorbei ist interessiert mich überhaupt nicht habe ich sowieso als nicht so wie keine hoffnung drin muss ich ganz ehrlich sagen freue mich immer wenn irgendwas funktioniert irgendwie und aber faktor ist ja es funktioniert nichts mehr in deutschland weiß ich auch ich finde berlin ich meine ich mag bin öfters in berlin ja jetzt und mag berlin sehr aber es ist ein fucking albtraum also wie es einfach ein albtraum dann sind wieder irgendwelche klimakleber in der autobahn werden schon lang gesperrt es ist was du willst einfach nur irgendwo hinfahren und bis stundenlang im stau irgendwie bahn fällt aus s-bahn fällt aus flugraum uns gesperrt also das ist fucking irrsinn also die infrastruktur fällt ja komplett zusammen gerade in deutschland und sind auch auf einer komischen spirale so und ich finde es hat auch ein bisschen damit zu tun was wir von der politik gerade haben wie gesagt das ist jetzt guckt jetzt hier niemand an auch keine parteien aber also mir ist das aufgefallen zum beispiel als diese kunstwerke da zurückgegeben worden sind nach afrika so ne also mit so oder dafür hat wir deutschland versucht sehr gut mensch zu sein und wir wissen ja wo das hinführt wenn du auch im beziehung wenn man versuchst der gute zu sein die gute du kriegst einfach nur in die fucking fresse du kriegst nur in die fresse und da auch ja wir geben jetzt diese kunstwerke zurück wir sind wir sind moralisch einfach frei und vielleicht könnte sie uns ja zurückleihen oder ihr stellt sie dann der afrikanischen bevölkerung aus und und nein die verschwinden natürlich in der privatstand schatulle von irgendjemand da der sich da freut also könnt ihr gerne mal googeln die geschichte ja es läuft aber komplett anders und die lachen sich tot dass sie deutschen so doof sind und einfach ohne irgendwelche bedingungen solche sachen machen und einfach nur damit sie die gut menschen sind und das ist zieht sich durch alles durch also meiner sicht nach zieht sich das auch dieser wie heißt das hier dieser euro bild euro vision song contest den wir seit jahren auf dem letzten platz sind weil deutschland einfach dieses ganze auch wir sind die guten menschen wie wir wir zeigen nicht mehr unsere fahne hauptsache sind vogue auf dem fußball ist das gleiche hauptsache sind vogue auf dem fußballplatz auf aus dem vogue beim euro vision song contest und das hat einfach ein vibe wo man nur drauf drauf ja drauf pünktchen pünktchen will irgendwie und wo dann ja wo dann keiner bock hat die punkte zu geben so oder anstatt dass man dann sagt fuck euro vision song contest wir deutschland zahlt er glaube ich am meisten dafür anstatt dass man sagt fuck you nicht mehr mit ne aber kein bock mehr drauf liegt mit unserem arsch irgendwie wird immer wieder brav nächste lamm zur schlachtbank gebracht also jetzt schon der nächste sänger hat er auf den letzten platz kommen jetzt kann man sich natürlich sicherlich ging das auch mit der art der darbildung zusammen aber du kannst mir nicht sagen dass es normal ist dass man jedes mal die wenigsten punkte kriegt sorry das ist einfach ja deutschland wird irgendwie nicht so richtig gemocht und das hat viele gründe und aber es ist auch dass deutschland nicht mehr für respekt sorgt das sage ich ja immer wieder wer wer nicht respektiert wird wird nicht geliebt ne also das sieht sieht man auch an gesagt ich will jetzt niemand anträgern politischen themen aber das mache viele gründe gegeben für zuwanderung aber dass das das den wenig abverlangt wird sage ich jetzt mal keine wie soll ich mal sagen dass man nicht auch sagt aber wir sind jetzt in dem land es hat uns aufgenommen das müssen wir aber auch xyz machen dafür nein das alles 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 kommt nehmt alles macht alles und das führt eben nicht zu dem was man denkt dass man alle der deutschland ist so geil sondern dass das das dass man deutschland scheiße findet und das ist wirklich genau wie man selber so ein co-abhängigen vibe hat dass man denkt ich bin doch der gutmensch ich mache alles richtig ich mache doch immer die überstunden ich mache doch immer alles und alle gucken auf dich runter du machst alles und du kriegst auch noch schlechten vibe dafür und bist auch noch nicht beachtet nicht gemocht das ist wirklich deswegen man kann also wenn man wirklich eine sache machen will um sein leben zu verbessern das ist wirklich co-abhängigkeit abbauen also guckte auch wirklich gerne mal rein meine kurse vor allem modul 1 oder das verlustangst modul oder aber vor allem modul 1 mein basis modul das ist wirklich das beste was man machen kann und deutschland wird ja irgendwann mal ja ich meine das war früher ich glaube schon längerer trend aber ich meine zum beispiel merkel wurde ja zumindest noch jetzt nicht jetzt kein merkel fan aber wurde wurde respektiert die hat dann oder auch die davor hat wurde mal auf den tisch gehauen bei irgendwelchen konferenzen und gesagt so jetzt geht es aber nicht weiter aber machen wir nicht oder auch engländer machen das auch sehr gut finde ich so machen wir nicht haben wir keinen bock mehr darauf also das grenzen setzen das macht deutschland also das grenzen setzen es fehlt einfach dieses grenzen setzen übertragenen sinne und dann rennen alle über dich drüber und du zahlst du bist noch der zahlmeister für alles und hast überhaupt keine gestaltungs macht mehr so ne aber gut es ist wie es ist wir wählen als volk die die wir wählen und ich denke auch dass deutschland immer noch ja dann ganz hartes erbe hat also dass es uns immer noch schwer fällt in so eine kraft zu gehen aufgrund wirklich der grässlichkeiten letzten jahrhundert das ist ja auch aber ja man kann ja sachen aufarbeiten und trotzdem gesunde grenzen haben sage ich mal also das ist ja genau wie bei naja ich will jetzt keine vergleiche ziehen das ist sicherlich unvergleichlich was deutschland gemacht hat aber trotzdem ja kommen wir mal zurück zu heute jetzt sind wir ja noch mal heute hier ist diese diese haltung die wird dazu führen dass deutschland immer mehr verliert genau wie beziehung immer mehr geld verliert immer mehr energie verliert einfluss verliert und aber gut wir als einzelne können da nicht viel machen und da kannst du nur als hervorragendes beispiel sehen das ist wirklich das baut eure fucking co abhängigkeit ab so man sollte es nicht übertreiben muss jetzt nicht selber zum egozentriker werden also ganz klar man sollte schon empathisch bleiben aber sich schlecht behandeln lassen ja das ist halt eine schlechte idee und alles im leben geht um grenzen alles im leben geht um grenzen du kannst in dieser dimension in der wir sind wenn du keine grenzen hast das können ja auch grenzen sein die müssen nicht hoch sein mit dem gartentor und was weiß ich was wenn du keine grenzen hast dann ist nicht so ach prima der hat keine grenzen und ich respektiere aber trotzdem seinen raum nein damit rüber gelaufen rüber gelatscht fertig so ne und ja gut manchmal ist es schwierig gibt ja auf der welt auch sachen wo man jetzt wirklich überhaupt nicht weiß was kann man da machen um das zu lösen das ist eine andere geschichte aber ich finde es wirklich traurig also ich habe schon ein paar mal drüber nachgedacht ob man aber ich bin eigentlich überhaupt nicht der typ dafür mir gefällt deutschland so landschaftlich und so habe ich mir schon ein paar mal gedacht es ist sich das kann doch nicht so weitergehen das macht keinen spaß irgendwie erst immer es gibt ja auch kein gesellschaftliches thema mehr was so alle mitreißt dass man sagte wir haben so ein aufbruch oder oder weiß ich nicht wie wir arbeiten jetzt mal alle dran als land dass wir was weiß ich dass wir wieder sondern zum beispiel das früher aber so technik weltmeister das waren alle großen unternehmen sind usa oder nasi und europa wird einfach komplett abgehängt und dass man wieder daran arbeitet hey wir wir sind dem innovationsweltmeister oder wir sind ja momentan sind wir einfach nur gut mensch weltmeister und das interessiert einfach keine sau irgendwie keine sau und da ist kein kein projekt kein und das spürt man sich nach dem ganzen land das sondern so eine lebende energie ist so und ich finde das ganz schade wie seht ihr das macht die folgenden kurse und wir sehen uns bald wieder schau ihr lieben